Willst du sehen, wie ich das heute montiere? Ich heisse Stefan, ich mache die Lehre als Fassadenbauer bei Josef Mayr AG und ich werde dir heute einen Teil von meinem Alltag zeigen. Also komm doch mit! Wir kommen am Morgen in die Firma, tun das Material aufladen und gehen auf die Baustelle. Als Fassadenbauer ist mir ein grosser Teil auf der Baustelle und zwar tun wir die Aussenhülle des Gebäudes dichten. Die Haupttätigkeiten des Fassadenbauer sind Einmessen, Bohren, Einglasen, Auf- und Abladen vom Lastwagen isolieren, montieren von Blech, Alu, Stahl etc. Wichtig ist die Teamarbeit, wir arbeiten viel draussen und körperlich muss man bereit sein. Bei einer guten Leistung als Lehrling bekomme ich eine Erhöhung vom Lohn. Als Fassadenbauer lernt man auch viel besser auf sich aufzupassen. Es ist nicht einfach das Draufhämmern, sondern vorsichtig zu arbeiten. Bei Josef Mayr gibt es gute Unterstützung für Weiterbildungsmöglichkeiten. Fassadenbauer ist ein sehr gefragter Beruf, somit wird mir nie langweilig. Als Team schauen wir immer, dass wir uns gegenseitig aufpassen, nicht nur auf sich selber und immer gegenseitig helfen. Ich sehe, wie ich das jetzt montiert habe. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich bei uns und wir helfen unserem Team. Ciao, wir freuen uns.